Das globale Energieproblem auf einen Schlag lösen. Mit der Kernfusion wäre das möglich. Ein US-Unternehmen hat jetzt angekündigt, bereits bis zum Ende des Jahrzehnts einen kommerziell einsetzbaren Fusionsreaktor zu bauen. Nach Angaben der Firma ist es erst kürzlich gelungen, stabiles Plasma bei 50 Millionen Grad Celsius zu erzeugen. Das wäre der absolute Quantensprung. Clixoom Science & Future, los geht's. Herzlich willkommen. Saubere Energie in schier unendlicher Menge, das ist die Vision, die mithilfe der Kernfusion zur Realität werden soll. Das wohl wichtigste Forschungsprojekt in diesem Zusammenhang plant den Deuterium-Tritium-Betrieb allerdings erst ab dem Jahr 2035. Die Montage des internationalen Forschungsreaktors ITER hat im Sommer des vergangenen Jahres begonnen. Doch eine Pressemitteilung aus den USA sorgt jetzt für Aufregung. Demnach könnte die Energiegewinnung per Kernfusion schon deutlich früher beginnen. Das US-Unternehmen TAE Technologies behauptet tatsächlich, dass es erst vor kurzem gelungen sei, stabiles Plasma bei 50 Millionen Grad Celsius zu erzeugen. Dieser Erfolg könnte die Basis dafür sein, dass kommerzielle Fusionskraftwerke bereits in wenigen Jahren für saubere Energie sorgen. Die Menschheit würde sich damit eine unerschöpfliche Energiequelle erschließen und zwar ohne Wind, Sonne, Öl oder Gas. Ja, alle Energieprobleme auf dieser Erde könnten somit möglicherweise auf einen Schlag gelöst werden, denn bei der Kernfusion sind Kernschmelzen unmöglich und zudem entstehen nur sehr geringe Mengen radioaktiver Abfall, der schon nach wenigen Jahrzehnten einfach entsorgen werden kann und der meiste Teil kann dann wieder in neuen Reaktoren recycelt werden. Also ist das wirklich realistisch? Alle Hintergrundinfos zu diesem spannenden Thema gibt es in diesem Video. Bereits seit vielen Jahrzehnten tüfteln Forschungsteams weltweit mit großer Anstrengung daran, die Sonne zu imitieren. Konkret geht es bei der Kernfusion darum, durch die Verschmelzung von Wasserstoffatomen Energie zu gewinnen, so wie es eben auch in der Sonne passiert. Auf diesem Wege ließe sich tatsächlich eine sehr billige Energie herstellen und das fast in unbegrenzter Menge. Das muss man sich mal vorstellen. Ein Gramm der Brennstoffe könnten in einem Fusionsreaktor so viel Energie liefern, wie sie bei der Verbrennung von 11 Tonnen Kohle entstehen. Das Ganze könnte zudem auch noch viel umweltfreundlicher ablaufen, denn bei der Kernfusionstechnik wird weder die Natur verschmutzt, noch werden Treibhausgase in die Atmosphäre abgegeben. Neben der Klimafreundlichkeit bringt diese Technologie einen weiteren Vorteil mit sich. Der ganze Prozess ist sehr viel ungefährlicher als die Atomspaltung in Kernkraftwerken, wie wir sie heute kennen. Denn selbst bei einem Unfall setzt ein Fusionsreaktor nicht die Unmengen an radioaktiver Strahlung frei wie ein Kernkraftwerk. Und zudem haben die radioaktiven Stoffe, die hierbei entstehen, eine Halbwertszeit von Jahrzehnten und eben nicht von Jahrmillionen, so wie es eben beim Atomkraftwerk der Fall ist. Nach 50 Jahren können 30 bis 40 Prozent des Materials ohne besondere Vorkehrungen entsorgt werden und der Rest kann nach ungefähr insgesamt 100 Jahren wieder in einem Fusionsreaktor verwendet werden. Ein großer weiterer Unterschied zur Atomkraft, die Atomkerne werden in einem Fusionsreaktor fusioniert und nicht gespalten, also vereinfacht gesagt zusammengebracht. Und bei dieser Verschmelzung wird dann eben eine Menge Energie frei. Zwei leichte Atome bilden also ein schweres, Doch da die Gesamtmasse des neuen Atoms geringer ist als die der beiden Einzelnen, fehlt ja etwas die entstandene Energie. Doch technisch gesehen ist das eine riesige Herausforderung, denn dazu müssen schwere Wasserstoffatome namens Tritium und Deuterium zueinander gebracht werden. Das Problem, deren Kerne stoßen sich ab. Der Trick dabei, eine sehr heiße Umgebung im ITER-Projekt soll ein Plasma mit einer Temperatur von, Achtung, 150 Millionen Grad erzeugt werden. Und das ist deutlich heißer als in der Sonne selbst, bedingt durch den geringen Druck auf der Erde. Doch noch gibt es zwei große Haken an der Kernfusionsforschung. Erstens, die Technologie ist noch lange nicht ausgereift und wird es jemals möglich sein, mehr Energie zu produzieren, als reingesteckt wird? Dabei handelt es sich um eine ganze Menge, denn das Plasma wird ja wirklich ultrahoch erhitzt. Wird es den Forschungsteams bereits in der nahen Zukunft klingen, einen Plasmastrom in einem Fusionsreaktor dauerhaft am Brennen zu halten? Und welches Material hält den krassen Belastungen an der Innenwand des Plasmagefäßes über einen längeren Zeitraum stand? Zweitens, die Kostenfrage, denn die Kernfusion ist alles andere als günstig. Nach Angaben der Bundesregierung hat die Europäische Union im Zeitraum zwischen 2014 und 2020 insgesamt 2,7 Milliarden Euro für das ITER-Projekt ausgegeben. In den gesamten Bereich der Atomforschung gingen insgesamt sogar 5 Milliarden Euro. Dagegen haben alle nicht nuklearen Bereiche nur knapp 6 Milliarden Euro als Zuschuss bekommen. Darunter zählen natürlich auch die erneuerbaren Energien. Und genau das ist ein großer Kritikpunkt, denn die riesige Menge an finanziellen Mitteln, die bislang bereits in die Fusionsforschung geflossen ist, fehlt nach Angaben der Kritikerinnen und Kritiker an anderer Stelle. Beispielsweise in der Forschung zur Energieeffizienz und Speicherung. Doch es sind nicht nur staatliche Projekte, die sich mit der Kernfusion beschäftigen. Erst vor einiger Zeit hatten wir hier bei Clixoom Science & Future über zwei private Unternehmen berichtet, die das Rennen um die Kernfusion aufmischen. Tokamak Energy und Commonwealth Fusion System setzen auf neuartige Hochtemperatur-Supraleiter und sind optimistisch, dass sie somit sogar die riesigen Großprojekte wie beispielsweise ITER hinter sich lassen können. Jetzt vermeldet ein weiteres Unternehmen einen Erfolg in diesem Bereich. Der Reaktor des US-Unternehmens TAE Technologies heißt Norman und hier hat man es nach Firmenangaben geschafft, ein stabiles Plasma bei über 50 Millionen Grad Celsius zu erzeugen. Und die Visionen von TAE sind riesig. Diese Technik soll jetzt weiterentwickelt werden, sodass sie bereits in wenigen Jahren zum kommerziellen Einsatz kommen kann. Doch was steckt eigentlich dahinter? Das US-Unternehmen TAE ist im Jahr 1998 gegründet worden und sieben Jahre später, 2015, konnte erstmals ein Plasma erzeugt werden. Vor vier Jahren, 2017, dann ein weiterer Erfolg. Damals war es gelungen, ein Plasma-Infusionsreaktor Norman für 10 Millisekunden stabil zu halten. Und schon dieser ist komplett anders als alle anderen Forschungsreaktoren. Er ist nämlich nicht kreisförmig angelegt, sondern ein langer Zylinder. Klar ist auch, dass das nicht ausreicht, um Fusionsstrom zu erzeugen. Dennoch war es so möglich, das Plasma genauer zu analysieren und zu optimieren. So kam das Unternehmen dann auch dazu, nochmal einen anderen Ansatz zu wählen, der sich von den anderen Fusionsprojekten abhebt. Das heißt, das Plasma wird hier nämlich von einem selbst erzeugten Magnetfeld stabil gehalten. Und das ist der absolute Hammer. Ein externes Magnetfeld, wie es beispielsweise beim Großprojekt ITER zum Einsatz kommt, ist somit gar nicht notwendig. Sprich, riesige Energiemengen zum Aufrechterhalten des Magnetfeldes sind so schon mal überflüssig. Und noch besser, mit steigender Temperatur wird das Magnetfeld stabiler. Es wird also mit steigenden Temperaturen nicht unbedingt schwieriger, sondern einfacher, an die Kernfusion zu kommen. Wow! Die genauen Unterschiede zu den bisherigen Fusionsexperimenten. Die deutsche Forschungsanlage Wendstein 7X verfügt genau wie der europäische Fusionsreaktor ITER über runde Reaktorkammern. Als Brennstoffe werden hier zudem Deuterium und Tritium eingesetzt. Das Unternehmen TAE dagegen setzt als Brennstoffe Wasserstoff und Bohr ein. Das Isotop Bohr 11 soll also mit jeweils einem Proton fusionieren. Der Fusionsreaktor Norman hat eine zylindrische Form, einen Durchmesser von knapp 7 Metern und ist ganze 24 Meter lang. Darin wird eine Temperatur von 50 Millionen Grad Celsius erreicht, sodass ein stabiles Plasma entstehen kann. Und das funktioniert nach Unternehmensangaben gut. Bis zu 600 Experimente werden dazu pro Monat durchgeführt. Der aktuelle Meilenstein nun bezieht sich nach Angaben von TAE auf die Kontrolle und Stabilisierung des empfindlichen Plasmas. Zudem konnte nach Unternehmensangaben eine positive Beziehung zwischen der Reaktortemperatur und dem Plasmaeinschluss gemessen werden. Die kompakte lineare Konfiguration verbessert demnach also den Plasmaeinschluss bei steigenden Temperaturen. Es wird also mit steigenden Temperaturen stabiler. Das Unternehmen sieht sich also durch den aktuellen Erfolg darin bestätigt, dass sich das heiße Plasma mit einem gewissermaßen selbst erzeugten Magnetfeld stabilisiert. Und das ist wahrhaftig ein Meilenstein. Fest steht, das US-Unternehmen TAE hat nicht wenige Fans und Investoren. Die letzten Fortschritte führten dazu, dass das Unternehmen eine Finanzierungsrunde abschließen konnte. Insgesamt schossen die Investoren 880 Millionen US-Dollar hinzu. TAE will damit unter anderem einen weiteren Reaktor bauen. Geplant ist der Bau einer Demonstrationsanlage namens Kopernikus. Hier sollen dann Plasmatemperaturen von über 100 Millionen Grad Celsius möglich werden. Dazu heißt es von TAE, dass diese Technik bis Ende des Jahrzehnts, Zitat, auf die Bedingungen skaliert werden, die für ein wirtschaftlich tragfähiges kommerzielles Fusionskraftwerk erforderlich sind. Das wäre auch deutlich früher, als es möglicherweise beim internationalen Kernfusionsreaktor ITER der Fall sein könnte. Hier soll das erste Plasma im Jahr 2025 eingesetzt werden, sodass die Forschungsteams mit ihren Experimenten beginnen können. Zehn Jahre später erst, also 2035, könnte dann der Deuterium-Tritium-Betrieb beginnen. Durchbruch, Rekordkernfusion in China erreicht. Auch hier gibt es ja riesige Fortschritte. Also unbedingt anklicken, anschauen und abonnieren diesen Kanal. Hier direkt unter dem Video ist so ein Button. Einfach draufklicken und ansonsten bis dann. Bleibt dran.